Herzlich Willkommen zu Oberösterreich Kocht, schön, dass Sie mit dabei sind. Es kocht für Sie einer der beliebtesten und bekanntesten Köche Österreichs, Dominik Süß und der hat sich für den Herbst ganz was Besonderes überlegt, ein Klassiker. Ein Klassiker, meine Lieblingssuppe und zwar kochen wir mit dem Gerät Kürbis und dazu machen wir was? Wir machen Garnelen dazu und zwar in Knoblauch. Genau. Kümmerst du dich um das Gerät oder mach das ich? Ja, ich kann das handeln. Ja, du handelst das einmal, gell? Wird, dass du da nervös wirst? Nein, gar nicht. Ich mach das mit den Kartoffeln. Das ist nicht so scharf wie das Gerät. Genau. So, warum tue ich die Kartoffeln jetzt schön für die Suppe? Na, Kartoffeln habe ich immer in jede Suppe rein. Kartoffeln habe ich eine Stärke, eine natürliche Bindung drinnen. Ja. Einen super Geschmack sowieso und ich spare mir zum Beispiel, man kann auch mit Mehl das binden, aber zum Beispiel ein paar haben wir vielleicht ein Problem mit Gluten, dann spare ich mir das Gluten und ich brauche jetzt auch meine Zähne oder so zum Binden und hab da gleich meine natürliche Bindung drin und den Geschmack natürlich. So, da haben wir jetzt, da nimmst du die Schale weg. Bei manchen Kürbissen kann man die Schale dran lassen, bei manchen eben nicht. Klär uns da ein bisschen auf, bitte. Genau, also wie gesagt, das gehört auch mit Schale zum Essen. Wir wollen es aber ganz fein haben, unsere Suppe und darum gebe ich es runter. So machen wir das. Garnelen, was muss man wissen beim Garnelenkochen? Bei mir passiert das ganz gern, dass ich die aus dem Tiefkühler nehme, in die Pfanne haue und dann ist das Ganze viel zu wässrig. Was mache ich falsch? Wichtig ist, dass sie ganz aufgetaut sind, dass sie nicht mehr gefroren sind, wenn du gefroren hast, weil da natürlich Feuchtigkeit dabei ist und ganz wichtig, die Pfanne muss ganz heiß sein. Das heißt, nicht totbraten. Totbraten, sagst du? Das wollen wir gar nicht. Soll ich mich um die Garnelen schon annehmen ein bisschen? Ja bitte, unbedingt. Und wir schwitzen, nehmen wir unsere Zwiebeln an. Die haben wir übrigens vom MaxiMarkt und falls Sie auch beim MaxiMarkt einkaufen gehen wollen, dann stellen wir Ihnen einen Gutschein im Wert von 50 Euro zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder schicken Sie eine Postkarte, warum Sie den Gutschein gerne hätten. Da sind wir gespannt. Genau. Genau, dann haben wir das Zwiebeln angeschwitzt, geben wir Kartoffeln dazu und der Kürbis ist auch drinnen. Wenn es dann einmal so schön angeschwitzt ist, dann löschen wir das jetzt ab mit dem Weißwein und hören wir das schöne Zischen. Du Gönner, du Gönner. Gut, das haben wir. Die sind jetzt geschält und bereit für die Pfanne. Ich werde dir dann auch noch ein bisschen Chili schneiden, wenn das recht ist. Cool. Perfekt. Petersilie können wir auch noch hocken. Okay. Ich habe jetzt schon gewürzt mit Salz, Pfeffer geben wir dazu, Muskat und ein bisschen Kurkuma geben wir ein. Kurkuma? Yes. Das ist auch wegen der schönen Farbe, oder? Genau, die Farbe. Kurkuma ist eine Wurzel, ist sehr, sehr gesund und gibt dem Curry die Farbe. Cool. Curry Gewürz. So, das haben wir da. So, wenn jetzt der Wein dann verkocht ist, dann können wir aufgießen mit unseren Kürbisfarren, was wir da haben. Und wir haben auch einmal eine Rindsuppe. Nehmen wir jetzt beides zum Aufgießen und dann lassen wir das eben verkochen da drinnen. Man muss aber keine Rindsuppe nehmen. Ich kann da auch Gemüsebrühe nehmen. Ja, komplett. Also man kann jetzt Gemüsefrau nehmen, Kürbisfarren oder Wasser. Das ist das Einfachste. Aber natürlich, da ist jetzt schon viel Geschmack drinnen. Dominik, was ist dein nächstes Projekt kulinarisch, jetzt dann im Herbst? Was kommt auf uns zu? Jetzt haben wir gerade ein cooles Event mit dem Betarfenzeller gemeinsam. Der Whisky Gin. Genau, auch Mühviertler, oberösterreichische Produkte. In Alberndorf. Genau, in Alberndorf. Das wird ganz lässig, weil der kriegt einen Whisky-Safe und da gibt es so Fässer. Und der Leo Hillinger kriegt ein Fass. Da macht der Leo einen Wein, der Peter macht seine Spiritosen und ich darf ein bisschen kochen. Ja, das wird ganz eine coole Veranstaltung, glaube ich. So, das war's. Chili ist geschnitten, Petersilie ist gehackt, du kümmerst dich um die Orange. Genau. Die dann reiben. Kommt da der Saft von der Orange dann auch rein? Saft gemein. Ich mag immer gerne was Fruchtiges, eine fruchtige Komponente, aber in der Karotten-Suppe gebe ich dir gerne Orangensaft ein bisschen rein. Das ist immer ganz cool. Genau, die köchelt echt schon wunderbar. Jetzt habe ich ein bisschen was vom Kürbisfar, geben wir noch dazu. Milch und Obas, dann lassen wir das noch einmal aufkochen und dann mixen wir das. Okay. Genau. Und dann braten wir schon fast unsere Garnelas. Ja, ich warte nur, bis du die eine Fläche frei machst. Ah so, du willst mich weiter haben. Ich will die weiter haben, so ein bisschen. Alles klar. Aber nicht so ganz, aber halt so für kurze Zeit. Wie viel Milch hast du da jetzt reingeben? Das hast du jetzt nach Augenmaß gemacht, gell? Genau. Wollen sie nicht nach Augenmaß arbeiten? Dann haben wir natürlich alle Rezepte von Dominik gesammelt für sie bei uns auf der LT1 Homepage, ganz einfach zum reinklicken und nachmachen. Ah, das war jetzt das ganze Becherl. Dann doch. Der hat jetzt einmal noch die Kraft vom Kürbis zusätzlich, gell? Genau. Das lassen wir aufkochen. Darf ich das zur Seitenstelle? Ja, perfekt. Weil dann würde ich mir da die Garnelenpfanne schauen. Da schmeißen wir jetzt ein bisschen Orangensaft dazu. Weißt du, was wir machen? Wir machen unser Bier zwischendurch auf. So machen wir es. So machen wir das nämlich. Ich hätte jetzt für dich ein Märzen. Märzenbier. Märzen aus dem Innviertel, Raschhofer. Oh, Raschhofer ist cool. Und du sagst mir gleich, was du rausschmeckst und dann sage ich dir, was du rausschmecken sollst. Okay. Ein Test. Bist bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du nicht eh Biersommelier und so weiter? Genau, ja. Ich habe die Ausbildung zum Biersommelier gemacht. Schau her. Super. Ich mache die Mädchenvariante, gell? Dann muss ich mir da so den Rest einschenken. Und jetzt sagst du mir, was du schmeckst. Leichte Zitrusaromen, angenehme Hopfennote. Zitrus bist sehr richtig und Apfel soll man da angeblich auch noch rausschmecken. Okay. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das so eine gute Kombination mit der Kürbiskremesuppe. Cool. Mhm. Von dir weg wäre das auch eine Option, gell? Mhm. Jetzt mixen wir das da schnell, dann schaut das pipi fein aus und dann verkoßen wir es. Gut. Das ist wirklich ein Flugzeug zu verlaufen. Weißt du, was da die Nachbarn jedes Mal für eine Freude mit dir haben? Ne, die haben immer Freude mit mir. Was die da für eine Freude mit dir haben müssen, mit dem jungen Buben aus Oberkappe. Die Garnelen. Du hast gesagt, du machst nicht irgendwelche Garnelen, sondern du machst geile Garnelen. Das waren deine Worte. Wir haben jetzt Olivenöl in der Pfanne. Jetzt ist meine Frage, gebe ich zuerst Knoblauch und Chili rein oder zuerst die Garnelen in die Pfanne? Zuerst die Garnelen. Okay. Aber ich habe den ja auch geschmeidert. Ich werde mir dann nämlich noch schnell, schau hin, da will ich den schnell einadrängen. Halbieren? Nein, ein bisschen nicht. Da schau ich mir dann das so einschneiden. Ja, was machst du denn da? Ah, dass die natürlich extra krass ausschaut. Ja, genau. Und dann tun wir es so aufstehen und dann dreht sich das so richtig lässig auf. Wow. Super. Und da sieht man jetzt auch ganz cool, von der Konsistenz her, ist das eigentlich perfekt. Schau her, tun wir das so aufstehen jetzt. Ja, bevor es zum Raucher anfangen. Ja, genau. Ein in der Mitte. Perfekt. Perfekt. Ich sehe jetzt richtig scharf anbraten. Ja. Salz und Töpfer drauf. Dann die Seite passt. Einmal umdrehen. Perfekt. Und jetzt, genau. Du hast schon die Chilis und den Knoblauch da. Da haben wir auch kurz mitbraten. Und wenn wir es so haben, drehen wir zurück, schmeißen wir Butter rein und lassen wir das zählen. Petersilie gibst du erst ganz am Schluss dazu? Ganz am Schluss, genau. Dass es schön krummlebt und dann sieht man, wie das herrlich aussieht. Ja, wirklich. Mit dem Petersilie drin noch. Und der Chili riecht mir auch super gut. Wow. Wowie. Natürlich. Und die kleine Geheimzutat ist dieses unsichtbare Würfel Butter, was da drin ist. Ich meine, ich kann nie genug Butter haben. Nein, das hast du völlig recht. Das schaut richtig gut aus. So, bitteschön. Super, danke. Das ist ganz lieb. Und auch bei der Suppe, die wir jetzt noch einmal aufschäumen. Ich mag das so gerne und das ein herrlicher Schaum ist. Magst du unseren Seeren sagen, was der Trick ist, dass man diesen tollen Schaum kriegt? Genau. Bitte. Wir haben eine Türke Milch und eine Türke Oberst, zu gleichen Teilen eigentlich. Und die Butter ist das Wichtigste. Das heißt, ihr habt vorher schon eine Flock alleine da. Und jetzt nennt man das eben montieren. Das heißt, man tut so Butterflöckchen reinmixen. Und während dem Mixen nicht unten halten, sondern auffahren, dass man die Luft im unterhalb so. Und dann sieht man ja schon so einen richtig, richtig schönen sexy Schaum. Kannst du einschmeißen. Letzter, Anna, bitte. Das gefällt mir. Wow. Na, da. Da, schau her. Du hast auch noch so ein Kürbiskernöl mitgenommen. Genau, das tun wir oben, dann drauf als Topping. Ja, gut. Garnelen, siehst du, Pippi fein. Die sind jetzt nicht zu Tode gebraten, sondern die sind noch leicht glasig. Genauso sind sie auch. Und die tun wir jetzt außerhalb von Papier. Und dann geht's zum Anrichten. Yeah. Da hat sich der Dominik wieder was Besonderes überlegt. Für alle, die zu Hause das natürlich besonders eindrucksvoll servieren wollen. So kleine Spießchen, die kann man überall kaufen. Und du willst sie da jetzt aufgefächert haben. Gibt's einen Trick? Genau, ich würde da zwei Stück vielleicht. Ja, zeig mir. Ich dachte so vielleicht. Hat das ganz cool aus. Und dann auch irgendwie. Mhm. So. Pasti macht ja das. Genau. Und dann kann man auch die Luftblasen ein bisschen zerstören wieder, aber noch ein bisschen. Dass man so ganz kleine Feinpore gehört. Und da bin ich echt verliebt in den Schaum. Bist du verliebt in den Schaum? Mhm. Dann schau ich auch da die Garnelchen. Denen geht's auch gut. Oder so. Toll. Silvia sagt, dass die wird das schmecken. Ja. Dann haben wir mal einen Kernel drauf, oder? Ja. Dekoration. Kürbiskerne gehen einmal. Die kann man auch immer anrösten. Und dann legen wir unseren Garnelenspieß da noch drauf. Und dann kannst du vorher gerne probieren. Darf ich? Sicher. Mit unserem Bier, oder? Ja. Dann sag ich Prost noch einmal. Prost. Danke dir. Prost, Prost, Prost. Sehen wir nach Hause. Auch Mahlzeit. Mahlzeit. Und macht euch das super nachher jetzt im Herbst. Das ist wirklich richtig gut. Probier's einmal. Es ist sicher hervorragend. Der Schaum allein ist schon gut wert. Stimmt, als der Garnel war. Oh mein Gott. Das ist hervorragend. Und die Säure macht's natürlich auch. Das ist ein Wahnsinn. Ich hab vorher nämlich Silvia gefragt, ob sie schon mal gelogen hat. Oder ob sie nicht mehr so tut. Aber es schmeckt dir anscheinend wirklich immer. Ja, schmeckt mir wirklich immer. Ja, schmeckt mir wirklich immer andere so oft. Du meinst so. Das ist ein Wahnsinn, oder? Aha. Ja. 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 Ja.